Joa, warum nicht? Platzieren wir uns einfach mal vor dem Fenster. Und dann können wir ja mal schlafen gehen. Oh, cool. Oh ja, mit dem Bild. Moment. Da muss ich, also da muss ich... Das muss man auch mal ganz kurz ändern. Kann ich das einfach... Oh, okay. Drei. Drei. Äh, mit links ändern wir die Bilder. Joa. So. Gute Nacht. So kannst du doch perfekt einschlafen. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ist doch super. Ach ja, und ein strahlender neuer Morgen. Ich find das geil. Hier so dieses Kochding. Dann hier so, ja, wir halt. Und dann hier so einschlafen. So. Warum nicht? Ähm. Gern wir gucken mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar lustige Bilder finde. Vielleicht von dem Spiel auch. Da kann man mal gucken, dann. Okay. Wir wollen Holz... Ich weiß immer noch nicht genau... Was denn mal? Wir könnten... Ich hab ne Idee. Ich mach mir mal acht Holzplanken. Ich hab ne Idee. Dann überlegt nicht die Einsätze. Aber man könnte doch eventuell sagen... Man baut sich mit Holzplanken. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen... Provisorisch aus, weil... Das kann man doch nicht so... Aber ist doch echt ganz geil. Ich könnte sagen... Man baut sich die Holzplanken hier aber ne Mauer. So, das muss die letzte sein jetzt. Da brauch ich noch ein paar. Wir wollen aber mal alles wegkommen. Äh... Und... Holzplanke... Und... Holzplanke... Und... Holzplanke... Und... Holzplanke... Das... Sieht schon nicht... Ist natürlich das Problem. Ich hätte jetzt gerne die Holzplanke anders ausgerichtet. Die ist nämlich jetzt da ausgerichtet. Ich hätte es aber gerne in die andere Richtung. Das geht aber in dem Spiel leider noch nicht. Da muss nur noch ein bisschen gefixt werden. Und könnte man eventuell... Dann sag mal mal... Oh, das passt ja eigentlich gar nicht. Das passt so eigentlich. Da kommst du ja rein. Hast dann hier den abgetrennten Raum. Und hast dann halt hier die Workbench. Ich würd's halt gerne, wie gesagt... Jetzt hier noch diese vier Planken würde ich jetzt gerne in die Ecke noch zimmern und so. Das geht momentan aber leider nicht. Schade. Ähm... Dann tu ich das mal wieder weg. Und dann machen wir uns das mal ganz kurz noch ein bisschen Holz. So, und zwar brauchen wir dafür... Holzplanken... Und das Holz da. Machen wir einfach alles. So. Wir haben's ja heute so. Dann machen wir unter 5. Können wir uns jetzt unser Haus hier zu Ende bauen erst mal. Äh... Und da... Ach so. Ich weiß ja gar nicht, wie das mit den Holzplanken funktioniert. Das klappt ja super. Die Holzplanken sind genauso hoch, dass wir da abschließen. Das ist ja geil. So, eigentlich mal hier hoch. Die Reichweite von dem Ding ist auch mega groß. Also wenn ich über Minecraft mit dem Arm weiß ich nicht, ob das so praktisch ist, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Fürs Bauen an sich ist es besser. Für den Realismus vielleicht nicht so gut. Aber... Ganz ehrlich... Wenn man jedes Spiel realistisch machen würde, also komplett realistisch, dann wäre das auch irgendwann langweilig. So... Klack. Klack. Denken wir mal aufs Holzfass hier. So... Okay, das klappt nicht so wie es mir was gesagt hat gerade. Zzzzzz... Gut. Ähm... Was? Klack. Und das ist dann weg. Ähm... Gut, dass ich da oben schon was hatte. Jetzt komm ich da wenigstens ran. Und ich weiß, ich gucke momentan noch sehr wenig in die Webcam. Es tut mir sehr leid, liebe Freunde, falls ich ein bisschen selten an die Webcam gucken kann. Ich bin immer noch in der Übungsphase. Ich... Kann das noch nicht so gut. Wie gar nichts einmalig. Und dann kommt hier oben... Ein... erstes Dach drauf. Ich weiß nicht, ob wir da... Wenn wir dann noch eine... Zweite Riegel drauf bauen, kann ich das jetzt noch nicht sagen. Werden wir dann sehen. Aber gerade das hier finde ich geil. Und da haben wir hier unser Häuschen dann. Man kann ja auch Türen bauen, gell. Die Türen gehen glaube ich auch. Ja, klasse. Türen. Wir haben vier. Oder? War das... Ist das das Holz? Kostet... Zwölf... Holz. Ja, Null. Was ist das denn? Was ist das denn Blanken? Eigentlich könnten wir mal mit einem Baum... Wir fällen mal noch kurz einen Baum. Dann probiere ich das mit der Tür noch mal kurz aus. Mal das Steckschluss machen! Ja, ich weiß, aber... Gerade so und dann habe ich mir sehr gefällt. Das ist gar nicht so lange her. Zehn Minuten ist das ja. Okay. Dann fällen wir noch den Baum hier. Und dann würde ich sagen, ist das Haus an sich schon mal ziemlich weit vorangeschritten. Das gefällt mir. Ich will... Ich will das Spiel so wenig beenden. Ich will nicht zu viel vorproduzieren, muss ich gestehen, weil ich gerade gerne aufs Feedback warten würde. Allerdings, das Feedback ist manchmal sowieso... Jetzt nicht so groß. Da wachsen die Bäume ineinander. Ich würde gerne aufs Feedback warten, wie die Leute dazu stehen. Wenn man genauer ran sieht, sieht man die Texturen vom Busch auch ziemlich gut. Also egal. So. Nehmen wir den noch mit. Ich glaube, da sind noch ein paar Baubestämme, die ich jetzt nicht gesehen habe. Kann sein, weiß ich nicht. So. Hör damit. So. War der Spaß hier weg. Das ist jetzt auch nichts mehr. Ähm. Ach ja. Ja, das ist noch ein bisschen was. Dann haben wir hier noch einen. So. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Ich glaub's aber auch fast nicht. Ja und ich hoffe sehr, dass wir in der nächsten Folge dann nicht anfangen wieder zu fliegen. Denn ich jetzt speichere. Ansonsten müssen wir das Let's Play wohl erst beim Flugmodus dann weiter fortführen. Vielleicht kann ich so jetzt nicht sagen. So. Ähm. Türen brauchen wir ein Holz. Genau. Dann können wir mit Crafting etwas brauchen wir aus dem Holz. Rohstoffe. Okay. Und dann müssen wir. Türen. Jetzt mal schauen, wie groß das ist. Was die Tür ist. Äh. Nein. Die Tür. Vier. Okay. Dann müsste man eventuell. Ich probier das jetzt mal. Wie geil. Wie es einfach mal, wie es einfach mal perfekt reinpasst in das, was ich baue. Das war gar nicht geplant, aber es passt perfekt. Wie gesagt, das dann stört jetzt mal. Das bin zwar ich, aber es stört gerade ein bisschen. Ähm. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Moment. Was kann man denn noch bauen? Werkbänke Sitz haben wir. Lol. Wie geil. Stuhl. Okay. Sessel. Couch ist übertrieben. Gartenstuhl ist auch übertrieben. Bank ist nicht schlecht. Du köstest hier. Eigentlich Thron ist geil. Theoretisch gesehen könnte ich mir hier gerne. Gib zwei, drei. Jetzt muss ich euch ganz gut gucken. Tüsche. Freistell. Was haben wir nämlich so? Kleiner Tisch. Histiξ. Ich rechts nearby. кая Kulifisch? Ach. Diese Übertronung. Währendstiebend Artduleon nicht einfach rechts kommen. Das weiß ich ungefähr nicht genau, aber … also schon ein bisschen mehr auf näher und neueres ausgerichtet glaube ich was haben wir hier noch geländer lüftungsabdeckung auch nicht schlecht kisten holzfass er haben wir wieder das ich würde mir gern einen stuhl bauen muss ich gestehen und wie viel brauche ich für einen tisch vielleicht kleiner tisch und hammer tisch moment wir gucken mal ganz kurz immer den da ok da haben wir jetzt noch einen tisch und einen stuhl die vier es ist sehr sehr eng aneinander alles hier aber für die erste bude reicht es eigentlich hier muss ich gestehen für die erste bude könnte man sagen okay das passt so müssen wir gucken ob der tisch eventuell die vier wie geil man kann das drunter stellen und ich kann mich jetzt in den tisch setzen super wenn ich vielleicht doch ein bisschen anders machen sollen aber ja moment hallo ich glaube ich habe mich gerade in den tisch reingebackt schlafen ich würde gerne schlafen hallo hallo ich habe mich in den tisch reingebackt nein ich komme ich bleibe aus dem tisch raus äh ah ESC achso oookay ja dann würde ich sagen wir haben noch ein bild das hängen ich immer noch auf ähm das kann man ja eventuell einfach mal hier am tisch hängen achso das ist jetzt ah ok da geht's ich würde aber ein anderes bild natürlich nehmen Bilder hochladen hihihi das habe ich nicht hier für den zuschauer achso ok das passt hier glaube ich eigentlich so hin ist zwar schön von zuschauern Bilder zu bekommen aber das passt jetzt an der stelle glaube ich nicht hin was haben wir noch Webcam Koch das ist ja auch geil so ein Drache der einfach nur schwebt weil da letzt Wauwauét wowwwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauWauwauwauwauwauwau wie es ist geil Moment. Das kann man so an der Ecke platzieren. Ist ja nicht, das ist nicht schlecht. Moment. Das kann man so an der Ecke platzieren. Im Fensterrand geil. Ich weiß nicht, wo ich hinbleibe. Ist doch nicht schlecht. Cool. Okay, dann haben wir jetzt mal Erwähler hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Nein, stopp, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Ich will ständig abkündigen, aber wir sind ja leider noch nicht fertig. Das heißt leider, wir sind noch nicht fertig. Wir haben nämlich noch Zeug und das müssen wir auch verbauen. So, dann geht es nämlich weiter jetzt. Und vielleicht kriegt man den Raum hier noch fertig. Das wäre natürlich klasse. So, okay. Super, der Raum ist fertig. Und jetzt muss man hier aufpassen, weil hier soll dann noch eine Leiter nach oben hinkommen später. Die kommt dann da hin. Genau, hier kommt die Leiter hin dann. Hier kann man dann hier so nach oben klettern dann. Da muss man aber auch noch schauen, wie das dann wird. Alles klar. Das war's für diese Folge. Wir haben unser kleines, eigenes, gemütliches Heim. Alter, wie geil das aussieht. Also für fünf, sechs Folgen, die wir uns gemacht haben, ist das eine ordentliche Überhausung. Alles klar. Bis dann, Antenne. Bis dann, Antenne. Bis dann. Bis dann, Antenne. Bis dann, Antenne. Bis dann, Antenne.